Welcher Zombie hat denn jetzt hier eigentlich gerade gebrannt? Alter, sind das Riesenbäume schon wieder? Hm, was mach ich denn da jetzt? Ich brauch ja jetzt, wenn ich das machen will. Das Problem ist, ich hab da unten jetzt ja solche Pipes, ne, kennt er ja, das Ding ist leer, das kann ich dann hier weg machen, das kann weg, und dann muss ich das hier natürlich wieder... ne, warte mal, das soll ja sowieso einen Ofen hin, nicht einen. Das muss ich hier durch, der Schaufel ist wieder weg, da ist auch kein Strom mehr drin, das heißt, der kann auch weg, das hier kann weg, das hier kann weg, da muss ich jetzt tatsächlich schauen, wie ich das mache mit dem... mit den Röhren, denn ich muss jetzt von links rauspumpen, meine ich, also klar, eigentlich ist es egal, aber ich mach das gern richtig, weißt du? richtig, 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 richtig. Ähm, dann brauch ich jetzt... So, jetzt seh ich's natürlich nicht, jetzt komm ich nicht dran. Ah, das ist doch wieder absolut bespissen. Hinten ist es, wenn wir da dran kommen, mit einer Stufe oder was? Ich weiß doch gar nicht mehr, was war es überhaupt. Hier wird... Wird hier gemacht? Hier wird gezogen. Hier wird... Ähm, okay. Weißt du, was ich mach? 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 Ich mach jetzt mal... ... grad hier weg. Perfekt. Das wollte ich auch so. Jetzt muss ich irgendwie schauen, dass ich eben erstmal jetzt... Scheiße. Oh man, mein Inventar wieder. Diese Scheißhose, Junge, mit Haltbarkeiten Null. Was soll das eigentlich? Ähm... Die Ziegel kann ich mal hier hin machen. Werde ich jetzt nicht brauchen. Zumindest nicht dringend. Ich müsste jetzt... Das hier kurz wegnehmen. Was hab ich denn eigentlich für ne Scheiße? So komm ich doch auch dran. Hallo. Hallo. Aber nicht da hinten. Oh man. Warum ist... Warum muss das immer so umständlich sein, wenn ich irgendwas mach? Warum... Warum ist das so? Wer kriegt... Warte mal, da mach ich jetzt kurz mal den hier aus. Der hat alles getrennt, oder? Er ist weg. Was noch? Er kommt weg. Er kommt weg. Er kommt weg. Und da muss ich jetzt halt von der anderen Seite drunter. Er kommt weg. 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 Er kommt jetzt der Tank drüber, dass das ganze Teeröl mal weg kommt. Genau. Dann kann ich den wieder zurück stellen. zu dem Kollege hier. Dann hat er hier wieder seinen Saft. Hallo. Und jetzt muss ich... Äh... Eigentlich müsste ich es nicht, aber ich weiß gar nicht mehr, was es war. war. Das hier war, das war der Zulieferant. Der Zulieferant, der soll aber eigentlich nicht hier bleiben, oder? Ich könnte den, ich könnte den, ne, 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 ne. Es ist hier nur vorübergehend, aber dann mache ich es so, dass der Zulieferant von da hinten kommt irgendwo. Mir egal von wo, aber ich mache es halt. Ähm. Dann muss ich das auch anders machen. Zulieferant, der nämlich, hier ist seine Holzkohle rein. Äh, Holzkohle, genau. Ähm. Seinen, seinen Koks, seine Kohle. Das Teeröl wird hinten rausgesaugt. Da komme ich nicht dran. Das heißt, ich muss den hier wegbauen. Da kommt's, da kommt der Koks raus. Wenn das jetzt... Äh. Das ist doch... Das wird normal. Basisrohr. Zieht hier das Teeröl raus. Basistransporter. Ach, da komme ich von der Seite gar nicht dran. Okay, langsam macht alles einen Sinn. Dann muss ich hier hin. Und das ist jetzt der... Die Abgabe für Koksblöcke, ne? Genau. Da kommen die Koksblöcke dann raus. Dann mache ich jetzt mal wieder hier zu. Glück gehabt, Junge. Hier lasse ich mal noch offen, weil ich nicht weiß, was da noch passiert. Hier saugt er die Wuchsblöcke raus, hier saugt er den Teeröl raus und hier gehen, ja toll, mache ich jetzt hier auf, hier mache ich auf, da kann ich auch nichts machen, hier mache ich auf, ach hier ist schon, er kriegt aber ein bisschen das Ding immer weg hier, Hush, ah war wahrscheinlich schon drin, Hush, Hush, passt auch, da kann ich nichts machen, doch, ich könnte, ne mache ich nicht, Doppeltarbeit, darauf habe ich keinen Bock, so, hier soll gepullt werden, gepullt werden, kann ich das hier machen, warum passiert da nichts, hallo, ich habe einen Monsterspawner da drin, das ist halt nicht so geil, ne, braucht er irgendwie Blockupdate oder was, jetzt, ja, er hat sein Blockupdate gekriegt, hier kriegt er den, 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 den Kohleblock raus, äh, den Koksblock raus, meine ich, hier wieder was weg, ah, ah, Junge, ich hasse dieses Dunk Null sogar, ich glaube, das ist das schlimmste Dunk Null überhaupt, das hier will ich nicht, das, Junge, ich will doch jetzt hier keine Blumen pflücken, Alter, wer bist du, Junge, wer bist du, so, warte mal, jetzt, das Ding ist erledigt, oder, da haben wir jetzt ja einen Abgang, beziehungsweise zwei Abgänge und einen Zugang, dürfte funktionieren, bin ich mir aber nicht sicher, würde ich mal die anderen, Fuchs, Ofen, Blöcke, müssten die nicht hier drin sein, hier sind sie natürlich, da gehören sie rein, nicht, zack, 26 Blöcke brauche ich, auch gar nicht so viel, ich habe nämlich noch welche, dann mach mal die hier, 27, genau, dann habe ich einen immer auf Reserve, das ist nämlich gut, dann mache ich den Reserveblock mal da rein, okay, ich brauche aber diese scheiß Werfenhosen nicht, ja, hier und hier müsste ich jetzt die Ausgänge auch noch konfigurieren, was ist hier los, nichts, ja, komm, ist scheißegal, ob da ein Stein ist, oder nicht, weil ich den jetzt wieder abbau, jetzt auch was zugeliefert, außer Teeröl, ist da auch Kohle ran hier, muss ich mal schauen, das soll nicht so sein, das soll, das muss ich jetzt nochmal weg machen, ach du Scheiße, ach du Scheiße, das hier, das kommt weg, das kommt weg, wie soll ich jetzt bitte da dran kommen, wie, sag mir wie, ich 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 Vielen Dank.